Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikinger-Freunde zur Cultures der Entdeckung Vinlands. Ja, wir sind im großen Finale immer noch und auch ziemlich nah am Ende der letzten Mission. Wir bemühen uns gerade darauf, unsere Armee aufzustellen. Ich denke, Eisenwerkzeuge haben wir jetzt genug. Ach, das ist beides noch gespeichert, sehr gut. Unser Bauarbeiter hat hier fleißig, wir können den Speedboost wieder anmachen. Na gut, stell doch einmal Werkzeuge her und dann gucken wir, dass du wieder andere Sachen herstellst. Du bist fleißig dabei, Zeug zu verschippern. Und du tauschst fleißig Geschirr gegen Gold, gut. Unsere Straßen sind auch soweit. Also hier werden noch die letzten Straßen gebaut, die benötigt werden. Er unterhält sich, dann warten wir darauf, dass er das letzte Mal Werkzeug herstellt. Dann darf er erst Schwerter und dann Rüstungen herstellen. Oh, du hast kein Eisenerz mehr. Das heißt, du darfst wieder schürfen gehen. Da oben zu Ende schürfen. Während wir darauf warten, dass unsere nächste Generation an Kindern erwachsen wird. Und ja, jetzt haben wir dann übermäßig viel Gold. Das heißt, du wirst wahrscheinlich nicht handeln können. Also ja, Gold ist diesmal nicht so wirklich das Problem. Gut, Geschirr können wir eh sehr viel herstellen. Aber jetzt mal gucken, was wäre Verschwendung, wenn er das Gold da abliefert, aber es nicht einlagert. Ist also einfach verpufft. Mhm. Das Gold verpufft einfach. Also. Nehmen wir ihm das weg. Machen ihn erstmal wieder zum Träger. Lassen ihn da arbeiten. Okay, die ersten... Okay, die ersten... Du bist erwachsen. Ja. Gut. Du bist erwachsen. 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 Und du bist erwachsen. So, fünf Bogenschützen. Erstmal. Oh, ich habe immer noch vergessen, ihm hier den Beruf zu ändern. Waffenschmied. Du bist noch Zivilist. Und du bist Zivilist. Du kannst trainiert werden. Gut. Ah ja, Bogenschützen. So, mit Bier ausrüsten und Kaserne verlassen. Jetzt erstmal noch ein Bogenschütze. Dann haben wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf. Mit Bier ausrüsten und Kaserne verlassen. Da müssten wir jetzt vier, acht, zwölf, fünfzehn Bogenschützen haben. Schon mal gut. Jetzt kommt die nächste Sache. Die Nahkämpfer. Aber vorher natürlich. Für Männer sorgen. Also für Nachwuchs. Äh, die hatte ich jetzt. Die hatte ich. Fehlt noch die hier oben. Oh, er lagert einfach das ein, was er so findet. Das ist gut. So, du kannst trainiert werden. Oh, hab ich dich jetzt vergessen? Ja, hatte ich vergessen. Gut. So, das heißt, wir können jetzt unsere Schwertkämpfer anfangen. Davon brauchen wir so 30 Stück. Huh, falsch. So. Oh, oh, sie ist auf dem Weg. Oh, oh, sie ist auf dem Weg. weil das problem ist die mayas sind da oben doch recht gut besetzt auch mit stärkeren leuten mit stufe drei bogenschützen und so ja wir wollen sie ja komplett aus grönland vertreiben ach je es wird hier schon nahrung eingelagert ja reiß bitte das ding ab hier liegt zwar noch jede menge zeug rum aber das braucht eigentlich keiner weil wir kümmern uns ja alles so du kannst trainiert werden dann warten wir jetzt auf die nächste kinder generation und ja wir können wirklich hier eine verbindungsstraße hier rüber bauen du kannst trainiert werden so du kannst auch trainiert werden also holzfäller heute ist von da drüben holz auch gut ja wir haben halt keine pilze mehr so du hast die gewünschte warenmenge hergestellt das heißt jetzt erstmal rüstungsschmied werden dann stellst du da bitte her wir lassen ihn einfach mal jetzt die fünf rüstungen herstellen da stellen wir beides auf 9 lassen ihn das auch neunmal machen wir sehen ob wir 17 oder 18 rüstungen dann rauskriegen ja unser steinmetz ist hier fleißig am steine kloppen wenn er von zu hause zurück ist ja wenn er die steine gekloppt oder war beim hauptlager kann auch sein wenn die steine gekloppt hat kann als letztes noch die steine kloppen alles andere funktioniert hier da ist ein problem aufgetaucht wir brauchen möbel okay kinder werden erwachsen wenn ich nach kindern gucke haben wir jetzt noch neun ja bei 1 ist es erwachsen wir sollten jetzt dann aber auch alle schlagartig erwachsen werden um unsere soldaten zu unterstützen ja 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 so der nächste erwachsene der nächste erwachsene drei kinder noch dann holen wir uns gleich die nächsten weil wir brauchen noch 15 so möbelstücke kommen rein mein jäger ja gut da kann sein leder noch einräumen aber da sollte er mal wieder schusten und ich finde du solltest du noch mal wieder leben sammeln jetzt liegt alles mögliche vor unserem hauptlager nach ein kadaver liegt daneben rum sehr schön du bist träger in der bauerei was gar nichts zu tun okay so du hast ja wünschte warenmenge hergestellt wie viel haben wir jetzt da drei und zwölf okay stellen wir noch noch mal ein paar her mal gucken ob wir dann auf 17 kommen werkzeugspiele steht schon eine weile leer ist aber nicht so schlimm du holst die restlichen goldnuggets ab das ist gut ich glaube hier oben gibt es gar kein eisenerz mehr auch glaubt er hat jetzt alles hier abgegrast und das werden wir ja sehen wenn er dann soweit ist das ist das ist das ist das ist Vielen Dank.